Das heißt, es ist alt bewährt, aber nagelneu bei Pearl TV, denn wir haben ein neues Produkt und das ist diese Schreibtischlampe oder auch, wenn Sie möchten, Nachttischlampe. Ich habe es jetzt mal auf dem Schreibtisch installiert. Die erinnert mich an meine Jugend, weil da war sowas ganz modern. Aber was früher modern war, heißt nicht, dass es heute schlecht ist. Nein, es ist immer noch perfekt, weil ich habe die Technik, und Sie werden sich gleich daran erinnern, sehr, sehr geliebt. Ein stabiler Standfuß, ja, alles, was wir hier sehen, aus Vollmetall, also sehr, sehr haltbar. Und dann sehen wir hier natürlich zwei, beziehungsweise drei Gelenke, eins, zwei, drei. Und das macht diese Lampe so unglaublich flexibel. Ob es jetzt natürlich als Schreibtischbeleuchtung oder was anderes benutzt wird, ist ganz egal. Ich kann die natürlich in der Höhe verstellen, so einrichten, wie ich das Licht brauche. Und das ist das Tolle und das geht durch diese fantastische Federtechnik. Es hält hier überall sehr, sehr sicher. Und ganz wichtig natürlich heutzutage, viele Lampen werden natürlich in Billigbauweise gemacht mit Kunststoff. Hier haben wir eine Lampe, die komplett von oben vom Lampenschirm bis zum Fuß aus Metall ist. Also beste Materialien. Und natürlich hier der Vorteil, weil wir schon bei Nostalgie sind, ich kann heute hier ganz einfach mit einer E14-Fassung eine Birne eindrehen, also ein Leuchtmittel, welches ich will. Ob das jetzt eine alte Glühbirne ist, sie darf bis 60 Watt haben, oder so wie ich es jetzt gleich gemacht habe mit einer LED-Filamentbirne, das ist ganz, ganz egal. Einfach reindrehen, was Sie zur Hand haben. E14, das sind die kleinen Fassungen. Ich finde es schön. Ich kann jetzt auch mal sagen, hier, so wie man es ins Krimi sagt, Diana, gestehe, ja. Also in alle Richtungen mal beleuchten, aber auch gerade als Tastaturbeleuchtung. Und Sie sehen durch diese wirklich tolle Beweglichkeit, die wir da haben. Ich hatte früher allerdings, das war das einzige Manko, wenn ich gesagt habe, ich habe so eine Lampe gehabt, ich hatte sie in Rot, war nicht so schön, aber die wurde festgekleppt. Das heißt, ich hatte die immer ganz fest an einer, Sie kennen das noch, mit den Schraubzwingen und dann dieses Fach. Das war immer doch ein bisschen begrenzt. Hier kann ich natürlich durch diesen Standfuß, kann ich die überall hinstellen, wo immer ich möchte. Und dann natürlich dementsprechend ausrichten. Der Preis ist Wahnsinn. Und Diana und ich haben uns vor der Sendung unterhalten. So etwas gibt es an anderen Stellen, so ab 25, aber eher 30 Euro aufwärts. Unser TV-Sonderpreis für Sie, für diese nagelneue Lampe, im etwas nostalgischen Look, 16,10 Euro. Das ist ein perfekter Preis-Leistungsverhältnis. Das ist übrigens ein Produkt, was erst die Katalogkunden im nächsten Katalog sehen werden. Also Sie haben mal wieder hier gleich am Anfang das Recht, sich Neuheiten zu sichern, bevor so andere überhaupt kennenlernen. 16,10 Euro. Ihr TV-Sonderpreis, die Bestellnummer, die NX-6215 und die 569. Und dann kommt diese wunderbare Schreibtischlampe zu Ihnen. Sie sehen auch dieses helle Licht, was ich hier reingemacht habe. Und zwar habe ich eine 5 Watt, Entschuldigung, 4 Watt Filament LED-Lampe reingemacht. Und die kann ich Ihnen jetzt auch noch mit anbieten. Das ist diese hier. Übrigens ganz, ganz wichtig bei LED immer Energieklasse A+. Aber ich glaube, das wird auch ganz deutlich durch die Helligkeit. Und was ich Ihnen jetzt anbiete für 18,95 Euro, ist natürlich die Lampe mit dem Leuchtmittel. 4 Watt, das ist heutzutage vergleichbar mit einer Glühbirne von 40 Watt. Also Sie sehen, ein Zehntel des Stromverbrauchs. Deshalb würde ich immer zu LED-Lampen hier greifen. Wir haben ein warmweißes Licht mit 470 Lumen. Und nochmal, das, was jetzt eingeblendet ist, für 18,95 Euro, ist diese nagelneue Lampe inklusive dem Leuchtmittel, der Filament LED mit 470 Lumen warmweiß. Das hier ist die Bestellnummer, die NX-62-16 und die 569. Also wenn Sie noch Leuchtmittel zu Hause haben, bestellen Sie ganz einfach die Lampe alleine mit der NX-62-15 und der 569 für 16,10 Euro. Wenn Sie sagen, nee, ist klasse, wenn ich gleich noch ein Leuchtmittel, also hier eine LED-Filamentlampe dazu bekomme, und dann bitte das zweite Produkt, also hier als Kombination mit der Bestellnummer NX-62-16 und der 569. Viel Spaß damit!